Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ja, du hast recht. Also, möchtest du denn Kinder, Davis? Ich weiß nicht. Weißt du, auf der einen Seite sind Kinder sehr anstrengend, aber... Aber sie können auch das Wichtigste im ganzen Elternleben sein. Ja, das ist richtig. Genau das Gleiche wollte ich gerade auch sagen. Aber die Welt da draußen ist gefährlich und düster. Das kannst du laut sagen. Da draußen passiert so viel Mist, da kann es sehr gefährlich für ein Kind sein. Ganz genau. Und dazu kommt noch ohne Kinder, können wir uns komplett auf uns und unsere Ziele konzentrieren. Denkst du, wir sind... du weißt schon... bereit? Ganz ehrlich? Nein, ich denke nicht. Ja, du hast recht. Vielleicht sollten wir keine Kinder haben. Ja, gerade weil wir gute Eltern wären. Wir könnten niemals gute Eltern sein, so viel wie du trinkst. Da haben wir die gleiche Meinung. Also, ist es entschieden? Ja. Ja, es ist entschieden. Wir wollen keine Kinder. Okay, ihr habt sie gehört. Jetzt verpisst euch das mal den Scheiß aus, ihr beiden. Hey Süßer, glaubst du, wir sind bereit für einen Hund? όo whose fährt それ 8 8 8 8 9 10 10 11 13 5 10 14 15 15 15 Bis zum nächsten Mal.